Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Die Welt der Klimatik bildet heute die verschiedenen Prozesse in den Transport- und Logistikunternehmen ab. Dabei fangen wir hier im Bereich der Disposition mit der Auftragserfassung an und schlängeln uns dann durch den gesamten Transport, den wir beispielsweise durch Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten, auslesen von Fahrerkarten im Bereich der fahrerrelevanten Daten, erfassen und abbilden. Aber auch dabei überwachen, ist das Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und das Ganze mit möglichst wenig Intervention des Fahrers, so dass die Systeme auch automatisiert Daten generieren, die dann in die Prozesse unserer Kunden integriert werden können. In der Praxis verwenden wir Hardware, die im Fahrzeug verbaut werden kann. Wir nutzen auch Apps zum Übertragen von Daten, zum Erfassen von Daten. Aber es können auch rein softwarebasierte Lösungen sein, bei denen wir dann Daten auch von anderen Anbietern integrieren, aus dem ERP-System von Verladern beispielsweise Aufträge übernehmen und damit ermitteln, kommt das Fahrzeug rechtzeitig an, ist es auf der richtigen Strecke und auch Warnung dort dem Kunden geben können, wenn etwas aus dem Ruder läuft.